Hier ist Clö Kardashian mit Ex Tristan auf Begräbnis. Clö Kardashian, 38, bleibt an Tristan Dumpsons, 31, Seite. Anfang Januar verstarb die Mama des Basketballers plötzlich an einem Herzinfarkt. Danach wurde bereits vermutet, dass Clö ihrem Ex trotz der Trennung versprochen habe, ihm in dieser schweren Zeit beizustehen. Seine Ex-Partnerin soll nämlich auch mit seiner Mutter Andrea ein enges Verhältnis gehabt haben. Nun fand die Beerdigung statt, und Clö kam gemeinsam mit ihrer Schwester Kim, 42, zu Tristans Beistand. Wie Hollywood Live berichtet, wurde Clö zusammen mit ihrer Schwester Kim am Samstag auf der Beerdigung von Tristans Mutter im kanadischen Toronto gesehen. Auf den Fotos waren die beiden fast inkognito und unter den Trauergästen beinahe nicht zu sehen. In dunklen Kleidern und mit großen Sonnenbrillen war vor allem Clö die düstere Stimmung anzusehen. Neben den beiden Realitüsters war auch ein weiterer guter Freund zur Unterstützung dabei, Rapper Dracke, 36, erschien ebenfalls in dunkler Kleidung und eine Mantel mit Pelzkragen. Neben den Schwestern zeigte auch das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner Clents. Christiana, 67, seine Bestürzung nach dem Tod von Andrea. Du warst die erstaunlichste, hingebungsvollste und selbstloseste Mutter und eine so liebevolle, freundliche und fabelhafte Großmutter, schrieb Chris bei Instagram. Sie werde sie vermissen und sei dankbar, dass Andrea ihre Familie immer unterstützt habe.